Moin und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir wieder Minecraft Adorable. Mit dabei ist... Mit dabei ist... Okay, mit dabei ist Potatoes, ähm... POTATOES! Äh, ich hab was besonderes für dich hier. Ist das? Sicher? Ist das mal. Ich werd eh sterben. Nein! Ich bin auf Drogen. Nein! Gib mir mal ein bisschen was ab, ich hab nur noch eins. Ich hab die Ausführungszeuge gegeben. So, nice. Ähm... Jedenfall, ähm... Heute werde ich versuchen mir das Magiker anzufangen. Äh, nebenbei. Shadow? Ja? Hab ich dir das schon gezeigt? Natürlich hab ich dir das schon gezeigt. Ich bin besoffen. Also, übrigens Leute, wir haben, ähm... Ah, ja. Die Häuser... Also, verbessert, aber geupgradet. Siehst du das? Was ist das? Ich geh da mal hin. Was ist das? Ja, okay, auf jeden Fall... Vorhin... Äh! Hä? Hä? Wie ist das? Was ist das für ein Vieh? Das ist einfach dein Bruder. Ich hoffe nicht. Wombo-Kombo, Wombo-Kombo, Wombo-Kombo. Hä? Was hat der gedroppt? Ein Mana-Cake von das Magiker. Davon hab ich schon einen. Lol. Und der war die ganze Zeit stuck in der Wand, oder was? Der hat die ganze Zeit da oben gechillt. Achso. Äh, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall, Shadow komm mal her. Also, eher gesagt, das ist ja dein Haus. Ja. Also, Shadow hat das hier so gemacht und ich bin einfach zu los. Ich hab hier noch nicht fertig gebaut, das geht noch höher. Daraus werde ich einen Gang machen. Und ich hab sowas ähnliches gemacht, nur, dass meins halt... Also, ihr werdet schon sehen, komm mal mit, Shadow. Ich glaub, ich hab das noch nicht mal fertig gemacht. Das wollte ich nicht. So, also, hier lang, da müssen wir hier hoch, da müssen wir da hoch, und dann höre ich ein Zombie und hab gar keinen Bock mehr. Und, ich muss einen Zaun da hin machen. Ich hab keine Zäune. Ah, ich auch nicht. Ah, hier ist ne Workbench, stimmt, hab ich extra gemacht. Okay. Ich, ähm... Wait auf mich. Wait auf mich. Wait auf mich? What the fuck? Soll ich da noch weiter bauen, oder... Ne, das ist die Endzone, das ist die Endzone. So. Ich wollte sagen, was hast du heute so vor? Ich werd heute anfangen, um mir das Magik an. Ich weiß. Hab ich ja mit... Wie oft hab ich grad, hab ich gesagt? Auf jeden Fall. Um das Magik anzufangen, braucht man einen Oculus. Dafür braucht man... Stowbricks, Kohle... Blöte Parts. Davon hab ich extra schon welche gefarmt. Und Glas. Äh, ich hab genug Glas. Gib mir mal eins. Äh, gib mir mal in die Truhe. Hast du grad ernsthaft schon wieder Drogen gegessen? Ich bin auf Drogen. Geil. Auf jeden Fall. Ich glaub ich hab zu... Ich glaub ich hab zu viele Drogen genommen. Ah. Ah. Äh. Hoffentlich, dass ich Kohle habe. Ich hab Kohle. Hol mir mal... Auch im echten Leben. Äh, nein. Ich hab Obsidian. Ich brauch aber keine Obsidian. Ich brauch Kohle. Hast du Kohle? Äh, ich weiß aber wo Kohle ist. Ja, ich hab Kohle. Ich hab Kohle. Gib mal zwei Stück. Zwei Stück? Ja. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Zwei Stück? Ja. Junge. Was willst du mit zwei? Ich hab dir 21 gegeben. Ja, okay. Nehm ich für meinen Ofen. Ich brauch aber nur zwei für, ähm, für den Oculus. Okay, auf jeden Fall dafür. Gönnt man sich jetzt schon. Oh nein, ich hab schon wieder zu viele Drogen genommen. Ah. 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 Hopp. Ähm. Ich glaube, Drogen nehmen ist keine gute Wahl. Das ist true. Hast du, ähm, neun Eisen? Wär echt ehrenhaft. Neun Eisen, ja. Fangen wir. Wofür brauchst du die? Für ne Truhe. Hä, dafür braucht man nur acht. Äh, okay, dann nehm ich dir acht Eisen. Mach in die Mitte ein Holz von dieser Truhe. Weil du, äh, normalerweise baut man dir die Truhe ab. Mach einfach ein Holz, dann kriegst du ein Item, womit du das upgraden kannst. Kannst du dann draufklicken. Warte mal, ich soll einfach, achso, ich soll einfach einen Holzblock, mehr nicht. Du machst einen Holzblock in die Mitte und da rum ne Kiste sozusagen aus. Das Dingens. Achso. Und was muss ich dann damit machen? Dann kannst du dann mit auf die Kiste klicken, die du upgraden willst. Woot to Iron Chest upgrade. Ja. Dann muss ich die wahrscheinlich kaufen, ne? Kaufen. Ne? Und dann, achso, dann muss ich einfach draufklicken und dann wird zu Iron Chest. Ah. Nice. Ich habe auf jeden Fall schon mal den Oculus getrafted. Okay, ich fahre jetzt wieder ein bisschen, okay, ich bin dann jetzt wieder ein bisschen farm, ne? Zu meines Wissens, das... Weil farm ist halt gut für unser Leben. Das... Also das ist... Also... Ja. Der Oculus ist meines Wissens das erste Item, was man in dem Mod machen muss, aber... Ich habe diesen Mod schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich nichts mehr weiß. Ich habe den Jump nicht geschafft. Meine Rüstung ist kaputt. Also fast kaputt, komplett. Nein, 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 nein. Ich will nicht Alava sterben. Nein, 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 nein. Gravity? Ich muss auf Toilette. Lol. Also auf jeden Fall... Kann man hier ein paar Sachen erlernen, das ist richtig nice. Ja. Wieder Dark. Hä? Ich habe hier zweimal Q gedruckt. Ähm... Star Creation. Ich habe 16 Smaragda. Dafür brauche ich einen... Ich habe echt kein Eisen. Ich glaube, ich suche mal eine neue... Shadow? Ja? Was machst du gerade? Ich bin gerade... Hart verzweifelt. Geil, Alter. Man kann bei uns einfach keine Chiracans anpflanzen. Das ist so Ehre. Ja, auf jeden. Repairn? Oh, Mann! Das hat man gehört. Wirklich? Nöööööööööööööäh. Ich bin ein Kilometer weit weg gefühlt. Komm! 1v1. Spiel. Ja, 1. Hä? Nein. Ja, ich kann das nicht aufheben. Ach, hier ist wieder diese Bierflasche. Ah! Ich habe richtig viel Eisen gefunden. 1, 2, 3, 4. Äh, 5. Okay, 5 ist jetzt nicht so viel, aber ich sehe Lava. Ja, hier ist jetzt nicht so viel. Och ne, hier hinten ist schon wieder so ein komischer Elementel-Hoden. Mana-Elementel. Ich meine, ich wäre das kaputt gegangen. Hast du ein bisschen Dings hier? Diamonds und sowas? Wegen Verzaubern? Schwert? Wir brauchen noch Bücher, natürlich. Hoffentlich, dass ich Diamonds habe. Ne, nicht Verzauberungsboot. Ne, wie heißt denn das? Du weißt ganz genau, was ich meine. Hä? Enchanting Table? Ja, also, dass man XP verwendet für ein Upgrade. Was? Dass man XP verbraucht für ein Upgrade. Meinst du denn Amboss? Nein. Meinst du Bücher? Ich glaube, das ist ein Enchanting Table. Ach Junge, ich bin lost. Du brauchst für alles XP, wenn du was verzaubern willst. Na, ich meine einfach, du brauchst nur XP, mehr nicht. Ach, LARP ist noch. Ja, das ist ein Enchanting Table. Ich mache eine Blank Rune, also ich brauche ein Inscription Table. Ich möchte echt mal Diamonds finden, ne? Ich spüre. Man verliert auch so schnell Hunger. Ist das normal? Was brauche ich noch für ein Inscription Table? Ich bin kurz... Hä, hier ist ein Enderman. Hey, hier ist ein Zauberer. Ja, das kann nicht sein. Der ist aber echt, echt ehrenlos. Hä, der zippelt sich die ganze Zeit. Hast du Federn? Ah, was machen die? Zippelt sich jede zwei Sekunden. Hast du Federn? Hab den eingetötet. Ender Perle! Zwei Stück. Hast du Federn? Nochmal Ender Perle. Hast du Federn? Ich hab vier Ender Perlen. Hast du auch Federn? Hä? Wie eklig. Der Oculus guckt mich permanent an. Hä, wie eklig. So, ich hab jetzt die Materialien für diesen Tisch. Durch mich, du kleiner Dars. Ich hab 20 Jahre gesucht damit. So, ein Inscription Table. Den muss ich jetzt auch erstmal platzieren. Ist der drei Blöcke groß? Ja. Da muss ich erstmal noch hier was freibauen. Geht's auch mal nach Hause und gucke, was ich verbessern kann bei meinem Haus, ja? Hm. Hä, warum hat dieser Tisch keinen Platz? Weil. Hä, warum kann ich den nur da platzieren? Ah, nee, ich muss ja hier hochgehen, Lul. Hä? Okay. Warum ist der Tisch jetzt so komisch platziert? Äh, wie ist denn der platziert? Ich konnte ihn platzieren. Du hast ihn platziert? Ja. Okay. Also jetzt bräuchte ich ein Buch. Und dann könnte ich wegen dem Oculus. Hä? Shadow? Ja. Wer? Wer ist das? Zum Fick ist das. Wer bist du? What the fuck? Hallo, ich bin Brett, Suchtberater. Hä? Du bist ein Brett. Hä? Hier und Brett. Warum hast du einen Holzkopf? Da hat er einen Holzkopf mit ganz anderer Bedeutung. Hey, das ist mein Bruder. Okay, ich bin hier, um euch auf Drogen zu untersuchen. Hä? Wie? Ihr seid nicht clean. Deswegen müsst ihr ausziehen. Hä? Hä? Hoffentlich. Verstehst du das? Raus mit den Viechern. Was macht der? Hä? Was will der von uns? Ich greife den an. Ah! Er hat mich geschlagen. Er gibt harten Knockback. Junge! Oh, der ist unsterblich. Nein, ah. Ich bin hier. Aua. Das schaffen wir nicht, Shadow. Warte, warte, warte mal. Vielleicht wird er noch was machen. Chill. Relax, relax. So, was sollen wir jetzt machen? Ich weiß es nicht. Wollen wir ihn erstmal da stehen lassen? Ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt erstmal da. Weil, ich weiß nicht, was macht er da vor allem? Der guckt gegen die Wand. Bro? Hä? Wo willst du hin? Hä? Was? Vor allem, von wo kam der? Okay, also. Er will uns auf Drogen untersuchen und sagt, dass wir nicht clean sind. Also er hat uns... Nicht clean sind. Also dass wir... Und wir sind scheinbar nicht hier. Ich, ich, ich habe keine Drogen genommen. Doch, hast du. Oh, scheiße, war das diese... Oh, nein. Nein, oder? Erstmal noch mehr nehmen. Erstmal noch mehr nehmen. Ich habe was genommen, ne? Ja, ich auch. Ich bin wieder auf Drogen. Ich bin wieder auf Drogen. Au. Hallo, ich benutze Drogen. Au. Ah. Okay. Er reagiert nicht gut auf Drogen. Komm, Mommy One. Ja, was... Was ist unmöglich? Er ist einfach zu stark. Wir können nichts machen. Okay, Shadow. Wollen wir es erstmal so stehen lassen? Ja, wir... Also... Ich weiß nicht, wir müssen jetzt rausfinden, was wir gegen den machen müssen. Warum ist er ein Baum? Er sagt ja vor allem, wir sind nicht clean und so, ne? Ja. Alles schön und gut, aber warum steht er in dieser Ecke? Warum ist er überhaupt hierher gekommen? Keine Ahnung. Hat er doch gesagt, weil er so ein... So ein richtiger Darth ist, weißt du? Ja, und scheinbar müssen wir hier ausziehen, aber... Nein, hoffentlich. Wir sind gerade... Ich habe jetzt so lange gebraucht, damit ich das gebaut habe. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt erstmal dort stehen. Wollen wir auch somit die Folge beenden? Ja. Also ich würde sagen, das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Und warte, warte. Ich probiere es nochmal. Ein 1v1. Au. Okay, ich lasse es. Ciao. 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 Vielen Dank.